Tirol feiert die Ötztaler Radweltmeisterin Laura Sticker und ganz Österreich freut sich über ihren Jubel. Fans aus aller Welt verfolgen das spannende Juniorinnenrennen und wie schon bei den Bewerbern zuvor, wird am Straßenrand gefeiert und mitgefiebert. Auf das Herzschlag-Finale bei der UCI Straßenrad-WM Innsbruck Tirol 2018 folgt für die frisch gebackene Juniorenweltmeisterin ein emotionaler Abend. Bei der von Ötztal Tourismus und Tirol Werbung spontan organisierten WM-Feier in Innsbruck wird der neue Radstar aus Heiming von Familie, Freunden und Wegbegleitern ausgiebig bejubelt. Das ist eindeutig das Beste, was ich jetzt gefahren bin. Vor heimischem Publikum, das hat man nicht jeden Tag und es war einfach so gewaltig. Jeder hat die Angefeiert, jeder hat die Puste, es war einfach unglaublich. Wenige Wochen nachdem die 18-Jährige ihren zweiten Junioren-WM-Titel im Mountainbike gewonnen hatte, triumphiert sie in ihrem erst zweiten Straßenradrennen. Ein Traum geht in Erfüllung. Wo dann die Französin dazukommen ist. Ich meine, bitte nicht den vierten, bitte nicht. Aber dann hat sie einfach alles gegeben, was in meiner Haxe noch rein war. Und dass sie jetzt zum Ziel gereicht haben, das ist ja Wahnsinn. Der WM-Sieg ist eine taktische Meisterleistung. Davon ist auch Trainer Robert Scheiber überzeugt. Jeder weiß, wer vorne im Wind fährt, hat 100 Prozent und der, was irgendwo in der Mitte fährt, der wird halt so bei 69 Prozent liegen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und ja, also das war wirklich eine coole, geniale Leistung von der Laura heute. Mit dem umjubelten Sieg hat die neue Tiroler Junioren-Radweltmeisterin der Heim-WM die Krone aufgesetzt. So präsentiert sich Innsbruck-Tirol dieser Tage als Sportland Nummer eins der Alpen. Ja, der heutige Sieg unserer Laura war natürlich wirklich eine tolle Geschichte für das Land Tirol. Das war natürlich das Drückchen auf den I für unsere Radwärme. Und wir haben hier ein tolles Talent, das in Zukunft auch den Radsport in Tirol wirklich nach oben bringen kann. Was ganz witzig ist, ist, dass die Laura im Winter in der Area 47 in der Eventhalle trainiert, weil da trainiert sie ihre Technik. Und ja, wir waren stolz, wir sind stolz, da Teil dieser Radwärme sein zu dürfen. Mit dem Triumph von Steger hat das ganze Land gewonnen. Davon ist auch der ehemalige Radprofi, WM-Botschafter und TV-Experte Thomas Rohrecker überzeugt. Da gehen Bilder einfach in die weite Welt hinaus. Wir verkaufen uns perfekt. Und mir taugt es einfach, dass unser Heimatland da so gut präsentiert wird und auch mitmacht. You're on top of the world, you have made the distance. You have broken away from it all. And you can hear it when our hearts beat together. They'll beat, come whatever, as well you will stand up. You have broken away from it all. You have broken away from it all. You have broken away from it all.